Der 18. Dezember, das 18. Türchen meines Pyro-Adventskalenders 2018. Danke übrigens für das zahlreiche Feedback immer, für eure positiven Bewertungen und danke an jeden Einzelnen, der sich das immer anschaut. Ja, wir haben hier zwei schöne Artikel enthalten, einmal die Veko China Böller A in diesem neuen Design und das Shooting Star von Niko aus dem Norma, Neuheit 2017 auf 2018. Starten tun wir mit den A-Böllern von Veko, mh lecker, schön rote Pest überall, verbrauchsrieseln. So, gucken wir mal wie die so sind. Na ja, erzeugen mich jetzt nicht so. Der war schon besser. Sorry Leute, wollte ich kein Risiko eingehen. Stimmt, die letzten zwei machen wir mal, versuchen wir den Aufschlag hier. Zündend. Okay. Hat leider nicht funktioniert. So, und der letzte von denen. Ja, sind ganz in Ordnung, sind halt nur A-Böller. So, dann haben wir jetzt noch hier das schöne Shooting Star Bombenrohr. Das ist schön, äh, ziemlich schön so schräg. Und dann jetzt viel Spaß beim Shooting Star von Niko aus dem Norma. Jawohl, schön. Ja, dann hoffe ich euch hat das heutige Türchen gefallen. Und dann bis morgen Pyros.